Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Trepang. Vogel ist dabei. Okay, wir haben eine Slams mit Laser. Ich habe gar nichts gekauft. Äh, hier hat noch jemand auf mir geschossen. Können wir nicht da runter kriechen? Jupp. Warum führt hier ein Laser hin? Äh, so eine rote... Und noch. Weil ich der roten Spur... Was war das? Warum ist da was explodiert? Die sind explodiert. Warum seid ihr explodiert? Okay. Oh, ich wollte was haben. Geht ihr euch selbst mit Granaden manchmal weg? Das war Bodyshopfen auch okay. Anscheinend. Den alten, die aber auch ein bisschen mehr auf sich mit dem großen... Nachtsitzvisier. Uh, was ist das denn hier? Kaliber. Ein sehr hohes. Ein sehr hohes Kaliber. Okay, ähm, die Vector hat ja aber auch, glaube ich, nur neun Millimeter. Macht das schon ein bisschen Sinn, weil ich mehr Scherben mache. Okay, selbst die Bosse halten schwere Zahlen aus. Wir sind nicht irgendwelche Supermenschen. Wir sind nicht irgendwelche Supermenschen. Wir sind nicht irgendwelche Supermenschen. Nur ich greffe überhaupt nichts. Mit dieser Waffe. Die Vector war wenigstens kontrollierbar. Die war wirklich überhaupt nicht kontrollierbar. Oh. Ich kann mit Bulle fern, die da richtig auf Bulle drücken. Gut. Ein bisschen Rüstung verloren. Aber der Kampf freundlich ist schwerer. Und jetzt noch mehr? Jetzt kommt noch mehr. Kommt immer erst, wenn der Kampf vorbei ist. Wir. Ich. Ich. Oh. Danke. Ich wollte gar nicht noch mehr Munition. Hallo? Eins. Okay, man kriegt hiervon keinen Schaden. Don't worry about it. Vogel. Ah. Angriff. Mmhmm. Welch da drin sein sollen? Welcome to the Pandora Institute. It took a lot of guts for you volunteers to sign up here. And for that, you have my gratitude. Countless lives will be saved because of your selflessness. Vogel, was ist das? Eee Samarita Drei Schaden auf seinen Auf seinen Gasthank gerichtet Emotion Ok Ich hab die Müllsäcke verloren gehalten Weil die alle trash sein Wuuu Hier hat noch irgendwer geredet Ich hab jetzt keine mehr im Leben Oh Erschreck mich doch nicht so War einer Ja Und da sind welche Jaja Der feine Ohne wohl der Time ist Diese Waffe ja nur Rotz Einzelschuss Vielleicht Wenn ich Einzelschuss einstellen könnte Jockdown in Effekt Ähm Ähm Äh 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 André Wie ist sie Ist das irgendein Dämon oder Das ist ja ein Kult Das ist ja ein Kult Das sind eigentlich alle Türen die irgendwie ein Schloss dran haben nicht verschlossen Das ist ja ein Kult All das kostet ist ein Bid of your kindness Ohne deinen Körper anscheinend Nur dein Leben Jaja Hehehe Ein Supersoltat Okay Können die Können die vielleicht noch eine bessere Waffe haben Und ein bisschen mehr Munition Gerade im Fall Ich glaube wir sind gerade im Fall Ohne Am Ende springen WTF UFF Ohne Ohne Warum muss irgendein Kult hier ist machen Es sieht aus wie ein positions lock down hat eine effekt внимание Wir müssen eine Möglichkeit finden Wenn ihr aufsteht, ich sag's euch. Bleibt besser liegen. Luftschacht. Seht ihr die Hände da auch, oder? Wenn diese Hände jetzt nach hinten bewegt werden. Ich meine, es ist ähnlich wie hier, das Kind. Information, ja. Die Auswirkungen auf menschliche Probanden waren katastrophal. Nach der Auswertung wurde die DNA des Probanden schnell umgeschrieben, was groteske Mutationen und Verformungen des Körpers zufolge hatte. Oh, der Proband verwandelte sich. Sein Hound nahm eine kränklich grüne Fahrbahn. Nicht lange, die... ...Grasansammlung und führte letztlich zu einer gewaltigen Explosion. Lecker. Haben die hier Jeansplicing gemacht, oder was? Anscheinend haben doch irgendwelche Probanden überlebt. Und sie sind jetzt auf der Jagd. Die wollen sich rächen. Rächen. Huh. Ich schieße. Ich schieße und stelle dann Fragen. Ich sag's euch. Hallo, Doktor. Das ist auch das, was ich gesehen hatte. Facility Lockdown Reset. Lockdown Sequence aborted. Re-initializing Facility. Hallo. Hallo. Das ist das, was ich gesehen habe. Das ist Batman. Oh, hier ist das Man-Bet. Ich darf nicht wieder raus, oder? Ich muss sie ja weiter. Wo ist der eigentlich rausgekommen? Der Star rausgekommen. Manbett, wo bist du? Geh mal in die andere Richtung. Hier ist zu. Jo. Muss ich ihm wohl folgen. Ist das jetzt zu Alien Isolation? Verschlossen. Okay. Ich dachte, da kamen die Stimmen her. Dr. Coughlin, pick up line 3. Dr. Coughlin, please pick up line 3. Verschlossen. Ist alles verschlossen. Ist alles verschlossen. Ist das diese Mutation, von der sie geredet haben? Und ich glaube, ich will. Und hier ist der Rally. Ich glaube, ich glaube, es war wieder drin. Ich glaube, es ist der Rally. Und hier ist der Rally. Und hier ist der Rally. Das ist der Rally. Benutzer identifiziert, Ortgeheim Einrichtung Nummer 79, äh 97. Zugangsversuch, Upload läuft, Pandora-Institut, Beweise für Anomalienforschung, Upload abgeschlossen. Es war nie als Rettungsmission vorgesehen. Ja, das hatte ich mir nach diesen seltsamen Bildern gedacht. Unter uns ist ein Abtroniker. Unsere letzten beiden Sicherheitsverschüsse waren kein Zufall. Per Labore 13a und 13f liegen beide neben Wartungszugang Delta. In den letzten Zugangsprotokollen ist nur eine Person verzeichnet, Dr. Emerson. Empfehle verdeckte Überwachung, bis wir wissen, für wen er arbeitet, vermute ich. In der Nachricht. Äh, 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 wo ist denn mehr im Bett? Dr. Kaufmann, pick up Line 3. Dr. Kaufmann, please pick up Line 3. Mhm. Ich geh mal nicht vor dem Schreien. Sigma, Sigma Balls. Sigma Balls. Okay, cooles Game. Guter Eindruck, ja. Hat Spaß gemacht. Okay. Geht ja schon. Hm, Mud Cake. Hm, ist hier der Überreste von dem Mud Cake, oder? Fuck. 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 Fuckin' Helmet. Können ihr nicht? Next, mit ihr nicht. Äh. Äh. Soll man das mal dran machen? War doch irgendwo ne Waffe Die übergeben sich Ich kriege das Ich kriege das Kann ich... Oh Bro Hey da gibts noch ne Shotgun Nein, 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 nein Nicht so einen sparen Hier in Nahkampf gegen dir ist vielleicht keiner so wie ich mir verstanden Komm mit, komm ran, komm ran Was willst du, was willst du Bleib unten Bleib, bleib Danke Die Arme, Leute Ich muss meinen Shotgun eigentlich behalten Hier haben wir Schüsse zu haben, wäre natürlich schon nett Keine Rüstung mehr Oh Da kommt noch welche raus Ich muss hier durch, okay Hier war ich nicht, ne, hier war ich nicht schon Hier sind wirklich keine anderen Leute mehr übrig Hab ich da einen gehört Dahinter Nee Gang aus, sehr viel Heilung, aber keine Rüstung Ich verstehe Ja, doch, Rüstung Ist das hier Information? Nee Nee Komm, die Ah Eine leere Kiste, danke Ja Ja, da will ich unbedingt hin Warum muss ich eigentlich Ah Fuck you Ja Genau Ja 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay, ich wusste, dass hier der Weg ist. Ich habe hier alle Munition mit. Kann ich? Überrückstoß, schnell was nachladen. Okay. Über dir kann ich nichts. Nee. Keine Ahnung. Kanaten habe ich. Ah. Nee, Information. Nice. Notiz von Dr. Emerson. Der letzte Vorhang fällt. Nun, nur die Zeit wird zeigen, ob wir unsere Karten richtig gespielt haben. Hoffen wir, dass die Zerstörung letzten Endes gelohnt hat. Und das ist dieses Viech. Der hat es zweigelassen. Okay. Okay. Mhm. Weißt du, wir jagen jetzt das ganze Ding in die Luft? Ich glaube nicht, dass da irgendein Team hinkommt, mein Freund. Beschlossen. Reaktor. Äh. What the fuck? In Alien Isolation. Ah, nee. Ist nur der Körper wieder. Ich steh mich um und er steht da. Das mache ich. Äh. Wo lang? Hier lang. Das sieht immer noch in der Arena aus. Looks like they're highly unstable. I've got an idea. It's a bit unusual, but it just might work. Ja. Find any infected personnel. Throw them into the reactor. Match trigger and overload. Was? Isol was? Esolt. I love them,Cuid. I love them. I love them. I love them. I love them. Ja, das war's. ein mit hier äh ich bin mal kurz da geht's raus kann ich gehen oh nein hier sind noch etwas es ist halt nicht so einfach wenn man an die Gegner ran muss ok nochmal und ich darf nicht rechtsklick drücken der wenige rechtsklick ist halt nahkampf ich glaube ich muss ja einmal nahkampf anhitten okay woher 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 immer ging es noch schlechter uh ich kann hier Nein, ich will hier auch drauf. Ja. Ok. Das ist nicht... Uhhh... Nein! Ich kann nicht mehr schwinden. Ich kann nicht mehr schwinden. Rüstung, Rüstung. Ich muss jetzt keine Waffen anpassen. Ach, dieser Licht-Ding. Ich hab grad gedacht, das wäre irgendein Trip-Wire oder so. So, und jetzt kommt noch mehr das Fließe. Ja, war klar. Oh, okay. Was? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Kommt gleich. Oh, okay. Nein, ich hab Feuer. Ja. Ja. Und immer wiedersehen. Äh. Ich hab das auch erlebt, oder? Ich meine, die Zwischensequenz hat getriggert. 106, kannst du mich hören? Komm in! Nur noch fünf Minuten. Nicht nur noch eine Woche seit deinem Erlebnis. Und du hast bereits fünf Fassilien getrunken. Lass mich eine Sache klar machen, 6. Was? Was? Was dann? Wir werden jetzt den Rest der Verizon-Survivors kommen. Wir werden momentan kommen. Der Elevator kommt. Warte. Ich bekomme ein Signal von 106. Wo wart ihr eigentlich die ganze Zeit? Warum musste ich das alleine machen? Darum konnte ich nicht ein paar von euch in den Bioreaktor schmeißen, hä? Oh. Hallo. Wo ist das Helipad? Hier ist das Helipad. Äh. Oh. Oh. Ich glaube, es wird blüten. Martin Mann. Oh, der hat sich die Dinger verändert. Das heißt, er kann wenigstens nicht mehr weglegen. Ah. Munition ist leer. Deswegen kann ich nicht mehr nachladen. Das ist ein Inzimping? Ah, das macht meine ganze Rüstung weg. Äh. Was kann ich da kanälen? Oh. Ich glaube, ich muss an diese grünen Fusteln. Tschüßen. Was ist es denn Wund' man? Huh? Oh. Oh, wow. Oh. Falsor Horizons hide behind the post-doors. Monsters. Uncontrollable experiments. All hell breaking loose in their own facilities. They try to justify it all. Saying their research will change the world. We're here. To correct their mistakes, one black side at a time. Yeah. Okay. This is Raven. We're out of here. Unfortunately, Ghost Team doesn't come with us anymore. My goodness. Uh. Do you know what? Thank you for seeing me. I hope you enjoyed the second time. Leave a like and comment below. And see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.